Willkommen zurück zu AC3. Oh, den hab ich doch schon. Ja, gut gemacht. Dämliches Stück Müll. Oh, die Sprungphysik von Raal ist abgrundtief. Bäh. Das ist einfach Bäh. Einfach Bäh. Die Almonaster ist verloren. Ich werd sie nie finden. Was war das denn jetzt? Bin durch die Mauer durchgegangen. Rumpelbump. Rumpelbump. Was ist denn das? Wischen Teil auf den Eindruck? Klatsch. Gute Bürger. Zornige Bürger finden sich immer dann, wenn Leute gerampelt werden. Rumpelbump. Do... Dein Vater? Mein Vater. Er war ein großer Mann. Ein Koch in der Armee während des Siebenjährigen Krieges. Marschierte durch den ganzen Weißen Norden und bekochte Montcalm und seine Offiziere. Zauberte Festmale aus Stöcken und Steinen. Als der Commander in Chief in Quebec die offene Schlacht wählte, statt Mauern zu bemannen, rief man alle zu den Waffen. Auch mein Vater. Er starb auf dem Feld. Doch ich hörte, er habe tapfer gekämpft. Aber was soll's. Er ist tot. Er wäre sicher stolz. Das ist meine Hoffnung, dass er über meine Entscheidung froh ist. Oh ja. Connor, hast du Zeit? Habe ich. Gut. Ich wollte dich etwas fragen. Wie kamst du zu alledem? Ich habe es nicht gewollt. Ich glaube, es sollte einfach geschehen. Ich traf den alten Mann, als ich noch ein Junge war. Achilles machte mich zum Krieger. So einfach? Mir fehlt die Küche, ist das zu glauben. In dieser Welt hatte ich mehr Kontrolle, als ich in unserer je haben werde. Doch hierbei kommen mehr Menschen in den Genuss der Früchte meiner Arbeit. Und das erfreut mich. Wir können etwas ändern, wenn wir durchhalten. Wir Franzosen aus dem Norden werden nie müde. Frag unsere Frauen. So genau wie ich das gar nicht wissen. So, jetzt haben wir zu Ende gekasselt. Gut, also ich glaube, das war jetzt keine Mission. Das war jetzt einfach nur... ...einfach nur hier... ...Story. Gut, also wir hätten da unten eine Mission. Aber was hat es denn da mit auf sich? Ich will mal da hingehen. Ich will mir das mal anschauen. Heißt das? Die Pulver was? Die Pulver besser finden und zerstören. Den Kommandeur des Force finden und töten. Sehr gut. Wer ist denn nicht besser geeignet als wir? Jetzt haben sie mich schon gesehen. Jetzt schießen sie schon auf mich. Jetzt haben sie Alarm geschlagen. Ey, wir könnten doch hier unten rein. Alarm, Alarm, Alarm. Alarm. Naja, da hat er mir was gedacht. Hört, du hast einen Halsstich bekommen. Du kannst gar nicht mehr leben. Wer hätte er denn ausbehalten? Das ist schön, in der Montur so zu kämpfen. Das fühlt sich wie damals an. Für mich ist es eher so ein Abgewöhnungssystem. Jetzt können wir rein. Hört sich doch an wie ein Schatz hier. 7500 Mal eben so. Das ist Schatz. Das gefällt mir. Da ist bestimmt auch noch eine Wache da oben. Ich bin voll alarmiert gerade. Ich bin voll auf, was ich halt mit der Wache da bin. Ich bin voll, was ich halt mit der Wache da bin. Nein, ich bin voll. Ich bin voll. Ich bin voll, was ich eben eh. Das ist ja so. Mal, weil ich das. Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja so. Weh, ne? So, laden wir mal ein bisschen nach. Der Widerstand ist wohl gebrochen. Ich will mit dir reden, hat er gerade gesagt. So, glaubt, hier ist niemand mehr. Brennt. Okay, das war viel. Gab anscheinend noch, obwohl das könnte, kann man da gewesen sein, da oben gewesen. Und jetzt brennt die Flagge. Sehr schön. Ne, ne, ne. Okay, die nehmen wir einfach runter. Was kommt jetzt? Die amerikanische. Also zumindest die Massachusetts-Flagge damals. Und die Briten müssen abziehen. Zumindest von den, äh, Fossen-Rübris von denen. Das war cool. Vorher steht nur noch Kontrolle der Patrioten. Niedrige Steuern für den Handel. Cool. Das ist geil. Hey. Das ist geil. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Könnten wir ja fast den unteren Bereich als nächstes machen Habe ich da ein Schnellreisesystem? Nee, habe ich nicht Können wir zum Hafenmeister Und von dort nach unten, genau Oh, das Spiel macht Spaß Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie alt melodisch? Wie alt? Wie alt? Wie alt? Idioten sind dann unsere Kräfte, kann man eigentlich beinahe sagen. Mehr oder weniger, es sind unsere etablierten Kräfte, aber die sind nicht unbedingt unsere Verbündeten. Das werde ich mir merken. Gut, dann sorgen wir dafür, dass auch hier unsere Macht etabliert wird und wir richtig Cash einkrassieren. Geh schon! Los! Halte Abstand! Idi, Abstand. Ich kenne keinen Abstand. Das ist auch cool gewesen gerade, wie der über den Zaun gerollt ist. Danke, Mister. Ihr habt ein großes Herz. Ich gehe heim. Danke! Vielen Dank! Ein Escort hat das Fangswerk ein bisschen. Das ging jetzt fast zu schnell. Da ist jetzt das Symbol frei. Okay. Da muss ich natürlich auch nochmal reinkommen in das System, aber ich glaube, wir sind schon auf einem guten Weg, das Spiel zu brechen. Das versucht ihr natürlich jetzt noch zu wehren, aber ich glaube, jetzt bin ich schon in dem Punkt angekommen, in dem ich ganz oben stehe, in der Nahrungskette. Die Kinder machen nichts anderes als diese Grundslaute. Haben sie keine Synchronsprächer für die Kinder gefunden, oder was? Dumm, dumm, dumm. Wir werden noch ein bisschen Fortschritt machen hier. Ich kacke übrigens gerade voll ab von der Stimme. Also ist auch gleich Ende. Leider. Ich will euch nicht belästigen, aber ich habe bemerkt, was ihr getan habt. Sehr nett von euch. Was geht denn hier vor? Die Rotröcke ziehen die jungen Männer aus der Gegend ein. Ein Unrecht. Ich dachte, vielleicht können wir zusammen etwas dagegen tun, falls ihr Zeit habt. Und was soll ich machen? Dasselbe wie eben. Mehr nicht. Ich habe da einen Plan, doch die Leute müssen wissen, dass ihnen jemand hilft. Kommt zu mir, wenn ihr fertig seid. Ich habe hier seine freigeschaltet. War das schon vorher da? Nee, ne? Ah, dann muss ich jetzt da hin anscheinend. Okay. Es werden immer noch Kinder zwangsrekrutiert. Doch ihr habt sicher Wichtigeres zu tun. Nee, aber das ist ganz interessant, was du sagst. Also ich muss jetzt da hinten hin. Gut, dann laufe ich da hin. Muss sowieso hier nochmal ein bisschen erkunden. Das ist doch nicht so, was soll. Ihr sucht ein wirst, das ist ein Weg. Sie sind so gehalten, das ist eine Schaffe. Dann wissen Sie, die Brüder hat, die gehört wurde. Sie sind die Fächten, die wir in der Schaffe haben. Welche Montur findet ihr eigentlich am schönsten? Also meine ist bisher von allen, die ich jetzt zumindest gesehen habe, die Ezio-Montur, die wir jetzt gerade sehen. Ich erinnere mich so ein bisschen an der Papst oder so, den ich erschossen habe damals. Nee. Gut, ich habe ihn nicht auf der Platte aufgenommen. Ich habe nämlich gerade eine Festplatte ausgeschaltet. Anstatt den anderen. Hier ist eine Spiegelothek. Wir würden uns natürlich auch den Untergrund mal hergründen. Das ist doch sonneklar. Wir können auch das Pferd nehmen. Das ist doch ein erfahrenes Versteck. Das ist ja auch geil. Das wird das vor da unten, oder? Also vor für Arme. Krass, wie das hier aussieht, ey. Jetzt sind wir plötzlich auf so einem Vorort hier. Hier hinten die Schlachtfelder der Ewigkeit, oder wie? Das ist doch so. Find uns mit mir. Okay. What the hell? Das war's für heute. Hey. Die Wälder von Boston. Och, da sind ein paar mehr, ne? Okay, und Eis ist direkt hier vorne. Was ging noch um Kinder, oder? Kinderrekrutierung. Das war's für heute. Halte diesen Mann auf! Lasst mich doch! Ich wollte nie Soldat werden! Fürs Erste bin ich sehr los. Vielen Dank dafür. Hey. Wie zu danken. Ich habe vier Kugeln. Geil, ich habe meine Kugel wieder. Gute Synchronsprecher abends hier. Was haben wir denn da? Oh, umgefangen dann. Ja, dann wissen wir, wie wir damit umgehen. Das kann auch eine Exekution sein. Und dann hier. Okay. Und dann kommt der Wälder von hinten. Oh my, was? Oh. My God. Oh my God. Oh. Oh my God. Oh, oh. Ah, das konnte der Zwangsverpflichteten eliminieren. Stand da gerade. Interessant. Das machen wir ja so. Daumen noch mal auf die Kirche. Und dann haben wir noch eine Mission noch. Die ganz schnell zu Ende geht. Das sind ja nur Befreiungsaktionen. Das Lightning ist gut, muss man sagen. Also das haben sie wirklich verbessert. Das war auch ein großer Teil, den sie in dem Remastered verbessert haben. Das Lightning-System. Wir haben hier viel mehr mit Lightning gemacht. Das gab es damals noch nicht. Wie gesagt, das ist 2012 erschienen. 2019 oder 2020 haben sie dann das hier gemacht. Oh, was ist das auch wieder? Oh, das ist auch wieder eine armsinnige Eskorte. Sind die tot oder was? Was ist das allgemein hier? Was ist das? Was ist das? Oh Mann, jetzt habe ich die nicht geschafft hier Warum eigentlich nicht? Warum ist das jetzt gescheitert? Da ist alles und noch viel mehr kriegen wir später raus Das hat doch auch irgendwie eine sinnvolle Funktion Man kann nicht mit Tieren interagieren ohne dass das was bringt Mist, ich muss nachladen Ah, scheinbar wird es einkommen Joa, es läuft ne? Kriegt die Dinger nicht hinterher Was ist das? Was ist das? Oh, du scheiß Pferd, bleib doch mal stehen Ach, Dreckspferd Mann, ich will auf dich reiten, du dämliches Ding Geht doch Alter Alter Jetzt stirbst du Jetzt stirbst du Ich geh jetzt drauf Oh, du scheiß bitte Ich geh da Oh, du scheiß Wurde desokranisiert Kommt her, ihr könnt nicht schwimmeln Oh Habe ich Granaten? Ja, ich habe Springfallen tatsächlich Wurde ich nicht Oh je Also hier wieder rauszukommen, das wird lustig Vielen Dank für's Zusehen Ich bin froh, ihr könntest Ich bin froh, ihr könntest Und ich bin froh